Ich programmiere eure Minecraft-Ideen, dass Dorfbewohner auch kämpfen können. Dafür füge ich einfach den Code vom Zombie zu dem Villager hinzu. Jetzt sollte mich der Villager eigentlich angreifen. Ja, es funktioniert. Krank. Boah, der ist voll stark. Junge. Und er brennt auch, weil er ein Zombie ist. Hier muss ich nur eine Zeile schreiben. Und jetzt brennt der Villager nicht mehr, auch wenn es Tag ist. Aber ich will noch, dass er mich abschießt. Dafür kopiere ich einfach den Code von den Blazes, weil die schießen ja schon Feuerkugeln. Yo, es funktioniert. Er schießt mich ab. Junge, das ist richtig übertrieben. Alter, hier explodiert einfach alles. Ich muss es vielleicht ein bisschen geringer einstellen. Vielleicht überlebe ich es ja mit der Rüstung. Okay, ich überlebe noch ein bisschen. Nein, komm, komm. Ich bin so ein Noob in Minecraft. Der Uf-Sound von Roblox, wenn man Schaden verliert. Den habe ich natürlich immer parat. Wenn der Spieler Leben verliert, muss ich den abspielen. Okay, das Abspielen klappt auf jeden Fall schon mal. Es soll aber ja nur sein, wenn man Leben verliert. Dafür muss ich nur diese Zeile hier verschieben. Und dann sollte es eigentlich schon klappen. Okay, funktioniert, aber es ist ein bisschen zeitversetzt. Was? Was? Was?